Ich bin von drei anderen ausgegangen Das war doch jetzt der vierte Ich habe herausgefunden, was das liebste der Geräusche ist Ist das ein Blindgänger? Keine Ahnung Sieh nach, schau du nach Okay Vorsichtig, in Deckung, ich bin zu meiner Mama Wir leben noch, vorsichtig, hör zu Ja hoffentlich geht das Ding nicht hoch Hülfere! Ja da ist wieder Licht Ach die Hälfte ungefähr haben wir schon Oder ein Drittel haben wir schon geschafft Und hier rein, schnell, zack Da ist die Munition Hier soll er jetzt auch hin Und dann springe ich ihn auf den Kopf Ich bin doch nicht Was meine ich mich? Da ist er, wo ist er? Ich glaube, wir haben ihn verloren Okay Männer, lasst uns das planmäßig angehen Zurückziehen! Shit Ist auf einmal auf mich aufmerksam geworden Weiter geht es sowieso nicht Dafür wurdest du nicht programmiert Hier lang zu gehen Nebelgranate, Haftbienen, habe ich jetzt zwei Der eine ist sicher ein Amerikaner Da ist er, wo ist er? Ich glaube, wir haben ihn verloren Rammte! Was zum Alter Also bleib ich mal lieber hier hinterm Pkw Oder Laster Müsste jetzt hier in der Ecke sein Vielleicht macht's Boom Ratatatatatatata Ratatatatataja Ich warte mal Kann ich mir ein neues Ziel angucken? Achso Töten sie keine koreanischen Soldaten So sollte ich es ausnutzen und einfach gehen Nimm das du Mistkerl! Ich habe ihn verloben, er könnte von überall her kommen Wir haben mehrere Berichte über weitere gepanzerte Einheiten in deiner unmittelbaren Nähe erhalten Großartig Hm Nein, Karte Ich muss hier rum Ich muss hier rum Ich muss hier rum Ich muss hier rum Hier herrscht Krieg Also herrscht überall aber Hier sind sie aktiv Runter Stehe unter Beschuss Schieb in die Bekunft Schrauben Er schießt auf uns Pfff Alter Ich bin doch langsam lang Äh Ich bin doch langsam hingegangen Mh 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 Ich habe einen Streitschuss abbekommen! Ich bin nicht hierher! Da ist ein Rohr wo ich hoch muss Wir werden jetzt was anderes versuchen! Sieht euch zurück! Wir werden beschaffen! Auf und Feuerschuss! Ach wegen Verlust! Boah man, ich kann ihn nicht sehen! Ich habe einen Streitschuss abbekommen! Was zum... Entschärfen kann ich sie auch nicht! Er schießt auf uns! Gibt mir etwas Deckung! Er lädt nach! Los! Jetzt können wir ihn schatten! Okay Männer, lass uns das Warnedig an dir! Ja! Ja! Feuer! Hab ich dich! Aber sie haben es schon mal nicht gemerkt! Und der ist irgendwo da draußen! Über Schuss! Doch John! Die schießen auf mich! Er ist da! Hab ihn! Rückzug! Rückzug! Ich werde hoch! Ich habe den Schuss! Ich habe ihn verloren! Der ist da irgendwo! Das ist nichts! Aber okay! An! Da ist er! Hä? Verdammend! Wir werden... Wir werden beschossen! Dann hätte ich ihn doch... ...lieber ausschalten sollen! Los! Ja! Sauber! Jetzt kann ich hier einfach lang! Lass uns dem Bastard eine Lektion erteilen Da drüben Siehe ich glaube wir haben ihn verloren Sind das jetzt Südkoreaner und Nordkoreaner oder Unsere amerikanischen Freunde da zwischen Ah super Super Ein Panzer Er ist da drüben, ab ihn Er schießt auf uns Das hat keiner gesehen Wir werden etwas anderes versuchen, zieht euch zurück Er ist auf die Leiter da Ich habe einen Schreifschuss abbekommen Schnell schweigern Schnell schweigern Ich werde ihn finden Einer Man, 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 man Ich dachte jetzt schon, es ist alles vorbei Wir brauchen unbedingt midi pack, painkiller oder wie man das nennen will Wir haben nicht mehr so viel Heilung Ich habe einen Schreifschuss abbekommen Ich habe einen Schreifschuss abbekommen Ich habe einen Schreifschuss abbekommen